Hi zusammen, wir zocken heute nach die Fahrer-O auf 2 Euro. Ihr seht schon, der Automat hat ziemlich viel gegeben eben. Mal sehen, was wir jetzt bekommen werden. Wir spielen natürlich auf dem höchsten Einsatz jetzt, ist klar. Vergesst bitte zu Anfang direkt mal nicht den Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Das hilft uns auf jeden Fall sehr weiter. Ansonsten gucken wir mal, wie weit wir heute noch kommen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin mal gespannt, ob der Automat jetzt überhaupt noch irgendwelche Gewinne geben wird. Vielleicht ist er ja jetzt erst richtig heiß gelaufen und wird noch mehr Gewinne geben. Wir werden sehen. Ein Power Spin. Wir starten mal ruhig in die Runde. Da habe ich auch nicht viel erwartet. Zwei Power Spin zu meinen. Zwei Power Spin. 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 Wir sind natürlich mit viel Geld gestartet, aber bei 2 Euro Einsatz sind auch echt schnell viele hunderte von Euro weg, wenn wir so weitermachen und nichts gewinnen. Aber wir warten ab, wir sind noch ganz entspannt, jetzt kann ja alles noch kommen, 1 Power Spin, 2 Power Spins 1 Power Spin Ok, weiter geht's. Mal sehen, ob wir noch die Zehnpause uns gleich erreichen werden. Ok, weiter geht's. 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 Schade, dass die AGs nicht auch in Power Spins vergründet werden können. Ok, weiter geht's. Ok, weiter geht's. Jetzt können wir es mal sehen. Ok, weiter geht's. Jetzt holen wir das Geld mit. Dann können wir nämlich direkt weiterspielen. Oh, schade. Ok, weiter geht's. 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 Ich finde es nicht schlecht. Soll ich dann auf und ab die ganze Zeit? Ich finde es nicht schlecht. Drei Power Spins. Leider wirklich schwach, muss man sagen. Drei Power Spins. Jetzt haben wir aber echt schon viel Geld verloren. Schade. Vielleicht ist das Spiel tot. Alles gut. 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 Ich denke wir spielen noch bis 250 und ansonsten müssen wir leider mal rausgehen aus dem Spiel. Immerhin mal mehr als ein Power Spin. Obwohl er gleich viel bringt leider nur. Wir haben nicht mehr viele Umdrehungen übrig. Schade. Dann würde ich sagen. Den Power Spin machen wir natürlich noch. Vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Ein Power Spin noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.